Wie macht man im Internet Geld? Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Genauso wie jetzt. Man setzt sich an den Strand, guckt in die Sonne und überlegt sich etwas. Das Einzige ist, man muss kreativ werden. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel kann man ein kleines Video machen, man kann einen Film machen, man kann Fotos machen, man kann einfach alles machen. Zum Beispiel über Facebook, YouTube, eigene Webseiten. Man muss nur kreativ werden. Versuchen Sie es einfach und es gibt so viele Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Machen Sie Videos. Jeder kann ein Video machen. Jeder hat ein Interesse, jeder hat eine Idee. Nehmen Sie es auf, stellen Sie es ins Internet. Andere Leute interessieren sich dafür. Wie zum Beispiel jetzt. Wie mache ich Geld im Internet? Das Wichtigste ist Content, also der Inhalt. Schreiben Sie dazu, was Sie gerade machen. Schreiben Sie, was Sie in Ihrem Video zeigen. Sonst kann Sie niemand finden. Das ist wichtig für YouTube. Eine weitere Möglichkeit ist, Sie machen Links in Ihren Content. Das heißt, Sie verlinken zu Seiten, die Sie wiederum sponsern. Beispielsweise Booking.com. Sie können Partner werden und so weiter verdienen. Informieren Sie sich im Internet, am besten über Google, über die gewissen Affiliate-Programme. Da können Sie ganz viel erfahren und Sie bekommen auch Unterstützung, wie Sie das Ganze in Ihren Content einbauen können. Hat Ihnen das Video gefallen, dann liken Sie uns auf YouTube, Longoar.org oder besuchen Sie im Internet unsere Website www.longoar.org. Danke und bis bald.